Mein Name ist Björn Westermann, ich komme von der Nordseeinsel Juist, bin hier aufgewachsen, lebe seit 40 Jahren auf der Insel. Seit 13 Jahren bin ich bei der Rettungsgesellschaft tätig. Wir sind ein Freiwilligenboot, sind neun Besatzungsmitglieder und sind auf Abruf. Das heißt, es geht eine Alarmmeldung in Bremen ein, dann kommt automatisch eine SMS an die gesamte Crew und wir werden über Bremen informiert, was für ein Einsatz es sich handelt. Telefonate, wie früher sie stattgefunden haben, gibt es nicht mehr. Die Motivation liegt darin, dass ich selber Segler bin und schon mal in Seenot war. Da ergibt sich das von alleine, dass man anderen Leuten hilft. Das ist einfach, das ist im Blut drin. Freiwilliger wird man nicht, freiwillig, das ist eine Selbstverständlichkeit auf so einer kleinen Insel. Denn ohne den freiwilligen Einsatz oder den gemeinnützigen Einsatz würde das Leben auf der Insel nicht funktionieren. Der eine ist bei der Feuerwehr und der andere ist halt bei der Rettungsgesellschaft. Das ist einfach, das ist einfach.